so und mit der nächsten folge machen wir natürlich auch weiter level 5 gelb blau ich hab mich für den kino als spektor und hier gibt es auch den empfiehren hat als spektra buch das heißt nur zuvor das ist das was ich denke komme ich noch da ja ich bin noch da gekommen hallo dass mich auf ich habe ich habe das acht ausrüstung d und da wird so gut so und d Du hast einen Rucksack, okay. Okay, dann habe ich schon, okay. Äh, dann kann ich durchsichten. Okay, das kann ich noch nicht durchgehen, ne. Ja! Geht's noch? Okay, gehe noch nicht auf. Wer kann ich noch nicht runterholen? Runterholen, verstehst du? Wie gesagt, der ging noch nicht. Dann kann ich nur noch den hier unten nehmen. So, irgendwie habe ich jetzt den Gärten Timo runtergeholt, oder... Okay, ich habe die Tür umgekehrt. Okay. 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 Okay, hier habe ich jetzt auch was gemacht. Nein, ich habe doch hier auch was fliegen sehen. Oder nicht? Okay, aber eine optische Täuschung. Ich habe schon gesehen, dass dieser Pain Elemente, der diese Lost Souls hier rumprügelt, rumspuckt. Dass ich ihn nicht gerade rumfliegen sehen habe. Also, da war ich nur okay. Äh. Er ging jetzt... Okay, die Bahn ging noch nicht runter, das heißt, es müsste... der Gelb-Ki gewesen sein. Alter, ich brauche Wüste. okay noch nicht hin es ging irgendwas auf bleibt auch auf da ist der roten wahrscheinlich Ich bin so zackig... Ich bin so zackig... ... die Barrennwiesen... Ne... Ich hab den 1 Oh! Obwohl wir gehen auch noch ein Stück wieder auf Okay Okay, hier geht noch nie auf Jetzt ging... wahrscheinlich zieht ihr dann auf, ne? Ja Du bist dann der andere Weil ich hab's lieber, dass die Renntaste auf eine Taste ist, die ich... Die ich gedrückt halten muss Und nicht einfach nur einmal drücken muss, denn... ...bleibst du Mal geht mir schon, wenn ich ande. Jetzt muss ich nicht mehr oder nicht Wie läuft das? Ich will nicht mehr die Reise Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Ich kann nicht mehr Okay, jetzt bin ich wieder da. Ich bin immer vorher raus. Du läufst, ist das? Okay. So, ich habe jetzt immer noch gelb. Den kann ja nur noch. Genau, der rote ist jetzt frei. Damit der so blauer gibt es hier keinen Scheißschalter. Ah, ich habe es gesehen. Der Fug. Doch, ob hier. Der Fug. Ich habe schon bemerkt, dass hier ein Teleporter ist. Okay, doch nicht. Der Fug. Gibt es hier irgendwo einen Scheißschalter, den ich nicht übersehen habe? Na dann. Ich wollte die anderen benutzen. Oh, was muss ich jetzt damit getätigt haben? Exit! Yeah, bitch! Ich überschreibe natürlich dem, und dementsprechend ... ... weil wenn ich dann eine Pause mache, beispielsweise, oder ich mache mir Kaffee, und ich bin dann in diesem ... ... Abschlussmenü, wo ihr gerade gesehen habt, wo dann halt angezeigt wird, Kill Spot Blue, und er solltet ihr schon ins nächste Level sprengen ... ... kann ich dann immer noch hier hingehen, und dann ... ... wir darf wieder von vorne beginnen. ... deswegen ... ... ist es doch gerade so, immer wieder mal zu speichern. ... ... und ... ... und ... ... und ... ... und ... ... benange ich mich natürlich dementsprechend fürs ... ... zu gucken, und wir sehen es hin ... ... bei Miss Magida.